Robur Ein dynamisches Zeichen unserer Zeit. Bewegung bestimmt unser Leben. Die Dynamik der Gestirne ist Ausgang aller Entwicklungen auf der Erde. Der Schöpferkraft des Menschen verdanken wir die Erfindung des Rades, wodurch Fortbewegung und Transport möglich wurden. Der Antrieb von Fahrzeugen erlebte vielfältigste Möglichkeiten, vom gezogenen Wagen bis zum selbstfahrenden Mobil. Eines von ihnen ist der Robur. Mit dem industriellen Aufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Unternehmen 1888 als Gustav Hiller AG mit dem Namen Phänomen gegründet. Nach anfänglicher Produktion von Zweirädern entstand durch den Weitblick Gustav Hillers das erste Phänomobil mit einem luftgekühlten Otto-Motor. Das Dreirad eroberte sich schnell als Luxuslimousine und Transportfahrzeug, einen festen Platz im deutschen Automobilbau. Über die Weiterentwicklung der Phänomenwerke berichtet Herr Richter, der langjährige Chefkonstrukteur des Unternehmens. In der Fahrzeugbranche arbeite ich seit 1939 und habe ich begonnen bei Phänomenen als Lehrling zu lernen, war dann später als Geselle tätig und habe nach dem Krieg 1948 die ersten Fahrzeuge Granit 27 als Neubeginn mit aus der Taufe gehoben. Aus dem Phänomen Granit entwickelte sich der Robur Garant. Seit den 50er Jahren ist der Name Robur in vielen Ländern Europas und Afrikas bekannt geworden. Zittau ist die Geburtsstätte des neuen Robur LD 3004 mit dem Deutzmotor. Zittau liegt im Zentrum Europas, im Dreiländereck Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei. Die Stadt verfügt über eine 750-jährige Tradition. Ihr Charakter einer Renaissance- und Barockstadt ist bis heute erhalten geblieben. Begleiten Sie uns mit dem neuen Robur ins Zittauer Gebirge, eine Mittelgebirgslandschaft, die zur Erholung und Urlaub einlädt. Musik 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 Charakteristisch für diese Region sind die Umgebindehäuser mit den sandsteinernen Türstöcken. Musik 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 In den Konstruktionsbüros wird ständig an der Verbesserung des Fahrzeuges gearbeitet. Der Dualscheinwerfer wurde durch den Kompaktscheinwerfer abgelöst. Die überarbeitete Bremsanlage erhielt einen umweltfreundlichen Asbestfeinbremsbelag. Der Robur ist mit normalem Hinterradantrieb oder auch als Allradfahrzeug lieferbar. Unterschiedliche Radstände ermöglichen Aufbauten nach Wünschen der Kunden. Der Fahrer hat einen guten Sichtwinkel aus der Ganzstahlkabine mit Meerscheibensicherheitsglas. Eine motorunabhängige Heizung sorgt für eine angenehme Temperatur im Fahrerhaus. Der individuell einstellbare Sitz bietet dem Fahrer beste Arbeitsbedingungen. Durch eine reichhaltige Farbpalette können spezielle Kundenanforderungen erfüllt werden. Das Herz des neuen Robur ist der millionenfach bewährte Deutz-Motor. Deutz ist der größte Hersteller von luftgekühlten Dieselmotoren mit einem weltweiten Vertriebs- und Servicesystem. Mit einer neuen Unternehmensstrategie stellt sich Robur auf die Erfordernisse unserer Zeit ein. Dazu Herr Müller, Bereichsdirektor für Marketing und Vertrieb. Unsere Unternehmensstrategie besteht in dem Anbieten von Montageprojekten. Das heißt in arbeitsteiligen Prozessen zwischen dem Standort Sittau und den Partnern. Diese arbeitsteiligen Prozesse bringen drei Vorteile. Erstens eine Kostenreduzierung. Zweitens eine Arbeitsplatzsicherung an den Standorten, an denen solche Montageprojekte realisiert werden. Und drittens die Übertragung von Know-how. Mit dieser Strategie sind wir auf den Märkten aktiv gewesen. In erster Linie in dem baltischen Raum, in dem arabischen Raum und in dem afrikanischen Raum. Robur liefert für die Endmontage, Achsen, Rahmen, Motoren und Fahrerhäuser. Pritschen, Koffer und Spezialaufbauten werden in den Montageländern lokal gefertigt. Zum Rohurprogramm gehören eine Vielzahl unterschiedlichster Aufbauten. Pritschen in Holz- und Aluminiumausführung, Drei-Seiten- oder Abrollkippe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pritschenfahrzeuge mit Planung Kofferfahrzeuge als Stahlkoffer, Isolierkoffer und Kühlkoffer Kofferfahrzeuge als Stahlko 실제로 mit dem Spezialaufbauten, zum Beispiel Leiter- und Abschleppfahrzeuge. Bautruppfahrzeuge mit einer verlängerten Ganzstahlkabine für sechs Personen. Geländegängige Mannschaftstransportwagen. Für den Einsatz in schwerem Gelände wurde der Robur mit Allradantrieb, spezieller Bereifung und großer Bodenfreiheit entwickelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Robur, über 100-jährige Erfahrung im Fahrzeugbau. Robur, solide Bauweise und zuverlässige Technik. Robur, technischer Fortschritt und neue Unternehmensstrategie. Robur, weltoffen für neue Märkte. Robur, ein dynamisches Zeichen unserer Zeit. Robur, vibwachstd am Advent. Robur, vibwachstd am Advent. Robur, vibwachstd am Advent. Robur. Robur, vibwachstd am Advent. Robur, vibwachstd am Advent. Robur, vibwachstd am Advent. Adam, vibwachstd am Advent. processor coronavirus- conscienziesimiento tear Handmel следующую lentens für geology. Musik Musik